Hey Leute, was geht? CrossingWolf ist hier und so und ich hab einen neuen Ständer. Nein, das ist jetzt kein Witz. Ich hab... Oh, das ging aber schnell. Ich hab mein Mikrofon umgestellt und ich hab das Gefühl, jetzt kann ich ein wenig schöner aufnehmen, also vom Klang her. Ähm, in etwa so wie früher und ich weiß gar nicht, warum ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin, das so genial zu machen von dem Mikrofon her. Äh, von daher, ähm, ja hoffe ich mal, dass das auch hörbar sein wird. Ich hab jetzt bestimmt 5 Testaufnahmen gemacht und meine jetzt mal was ganz Gutes gefunden zu haben. Ähm, und ja, ich spiele Surf und ich verkacke gerade so derbst. Ähm, ich hatte vorhin richtig viele Kills und dann... Ähm, ja, also am Anfang bin ich ganz oft gestorben natürlich, wie am Anfang das bei so einem neuen Spielprinzip immer ist. Also, ich spiele das jetzt halt noch nicht so lange. Aber, ähm, dann ging's richtig los. Dann hatte ich 22 Kills, jetzt hab ich 23. Und dann hab ich wieder derbst verkackt. Äh, von daher, ja, also mal gucken, wie das hier so wird, weil irgendwie... Ähm, ja genau, wie der hier gerade schon schreibt, kein Skill und so, das ist leider jetzt... Da, ja, da bin ich auch dabei irgendwie. Aber mit Steinschwert und vollen Herzen lässt sich ja doch vielleicht was reißen, wenn man jetzt hier mit dem Kampfkeks hoch und runter springt und dem vielleicht mal eine ordentlich trischt. Ja. Na? Na, wo ist er? Da. Eisenschwert. Geil. Aber nicht mehr so viele Herzen. Aber... Äh, die kommen ja vielleicht auch wieder. Oh, er hat geleftet. Wieso das denn? Das fand ich jetzt nicht nice, aber ich hab trotzdem die Erschwert. Nice. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass die Aufnahme nicht ganz schlecht wird, denn das ist halt nicht so perfekte Aufnahme... Ähm, ja, das ist nicht das perfekte Aufnahmespiel, da das alles eben sehr schnell geht und es ist auf eine Aufnahme nicht besonders schön. Überhaupt frage ich mich immer, wie YouTuber diese saukoolen Looks hinkriegen. Aber ich glaube, das liegt am Texture Pack und ich bin einfach zu faul, mir mal ein richtiges herunterzuladen. Wie dem auch sei, ähm, warum ist das überhaupt PvP? Normalerweise mach ich ja hier kein PvP, weil das ein bisschen lame ist, weil das schon so viele machen. Und, ähm, das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn meines Kanals. Ich hab den vor Ewigkeiten mal gegründet, ähm, um eigentlich meine Gebäude zeigen zu können. Aber es ist eben doch relativ viel Stress. Also, gerade jetzt momentan, ich hatte jetzt vor kurzem eine Physikarbeit geschrieben und hab mir sauviel Stress wegen der Physikarbeit gemacht. Ich hatte am Wochenende überhaupt keine Zeit. Äh, ich hab dementsprechend noch nichts aufgenommen. Und das habt ihr jetzt gemerkt, seit fünf Tagen kam kein neues Video mehr. Ähm, was meinem Channel allerdings nicht schlecht zu tun scheint, da mein neuestes Video 200 Aufrufe jetzt hat. Und, ähm, darüber bin ich ganz glücklich, weil damit hab ich immerhin schon etwa halb so viele Zuschauer wie früher. Und, ähm, ja, ich versuche eben meine alten Abonnenten eigentlich wieder aktiv zu bekommen, indem ich darauf hinweise, hey, mich gibt es noch. Aber ich glaube, häufig ist das Problem eher, dass es die Abonnenten nicht mehr gibt. Denn heutzutage erstellt sich ja jeder fünf Kanäle hintereinander. Und dann ist es eben auch kein Wunder, dass es zu vielen inaktiven Abonnenten kommt. Und ist eigentlich auch nicht schlimm. Denn, was, Abonnenten sind eben dafür da. Die kriegen eben eine Nachricht, ob ein neues Video kommt. Und entweder sie haben Bock auf ein neues Video, dann gucken sie es sich an. Oder sie haben eben keinen Bock auf ein neues Video, dann gucken sie es sich eben nicht an. Ähm, aber es besteht ja jetzt hier kein Zwang, jedes Video anzusehen. Ähm, es ist nur halt irgendwie scheiße, wenn die Videos nicht angeschaut werden. Weil man macht ja hier die Videos eigentlich aus Spaß, aber auch damit andere Leute die irgendwie sehen. Wobei bei PvP halt immer die Frage ist, ähm, inwiefern da eigentlich wirklich noch der eigentliche Spaß im Vordergrund steht. Ich meine, bei einigen Kanälen sieht man das ganz deutlich. Die haben richtig Bock daran. Aber bei anderen habe ich das Gefühl, die wollen einfach entertainen und haben Spaß daran, wenn Leute sich das anschauen. Die haben aber kein... Also, das Aufnehmen selbst ist jetzt aber nicht das Entscheidende. Und bei mir ist eben so, ich möchte eigentlich meinen Bauvideos ein größeres Publikum verschaffen. Beziehungsweise ganz ursprünglich eigentlich einfach nur meinen Gebäuden. Dem, was ich eigentlich die ganze Zeit halt mache, dem wollte ich ein größeres Publikum verschaffen. Und... Oh. Ja, das ist ja scheiße jetzt gelaufen. Hä, ich habe die Runde gewonnen? Wollen die mich jetzt hier verarschen? Warum habe ich denn die Runde gewonnen? Ohne Witz, ich habe nichts gemacht hier. Naja. Ähm... Ist auch mal geil, habe ich die Runde gewonnen. Ähm, es gibt hier übrigens noch kein Punktesystem. Ist aber schon spielbar. Macht wirklich Fun. Es gibt verschiedene Kits, die kannst du hier auswählen. Zum Beispiel hier Paintball. Und dann kann man für Paintball abstimmen. Wenn genügend für Paintball abstimmen, dann spielt man eben so ein Paintball-Mode offensichtlich. Und ich muss sagen, ich kenne mich hier relativ wenig aus auf dem DustMC-Server, obwohl ich Teammitglied bin. Deswegen, ähm, spiele ich jetzt hier auch ab und zu PvP drauf. Denn eigentlich bin ich das dem Server wirklich schuldig inzwischen. Schon längere Zeit. Habe ich jetzt hier nichts mehr gebaut. Und der Server ist absolut empfehlenswert. Nicht nur Bautechnisch ist er wirklich hübsch. Sondern, äh, viel mehr. Oder das ist eigentlich das Wichtige. Ähm, die Spiele sind ganz cool. Und es sind so Endlos-Spiele. Ja, es ist nicht so, du joinst stundenlang und dann... Oder versuchst stundenlang zu joinen, wie bei anderen Servern. Und kriegst es einfach nicht hin. Und dann musst du dir Premium kaufen. Nein, VIP Plus gibt es hier. Und das ist einfach nur, ähm... Ja, falls man ein paar mehr Rechte haben möchte. Aber ansonsten kann man bei vielen Spielen, zum Beispiel bei Paintball oder auch bei Surf, einfach so joinen und, äh, joint quasi direkt ins Spiel und kann dann hier sein Spiel versuchen. Und das finde ich, äh, bockt eigentlich schon ziemlich. Und... Ja, was gibt es sonst noch? VIP ist wahrscheinlich so günstig, wie bei kaum einem anderen Server. Also 5 Euro kostet hier VIP, 10 Euro VIP Plus. Also kann ich das eigentlich nur empfehlen. Wer Bock hat, ähm, hier zu zocken. Und jetzt wurde ich in Skype angeschrieben. Ähm. Und die Geräusche sind natürlich auch geil, ehrlich gesagt. Ja, wer Bock hat, hier zu zocken, ähm... Kommt einfach mal auf Dustin C. Ich packe die IP mal in die Beschreibung. Wow. Na, wo ist denn der? Hier. Na. Habe ich jetzt den gekillt? Oder ist der rausgesprungen? Nicht nett. So. Allerdings, ähm, man kann hier natürlich auch nicht so geil was reißen. Man springt rum und versucht die Leute eben zu treffen. Ähm, von daher wird das sicher nicht das Spiel sein, was ich jetzt hier hauptsächlich zocken werde. Habs ist ganz geil von der Mischung her. Und... Ich hoffe, dass man das eben nicht so laut gehört hat, wie ich da mit meinem Fuß ans Mikro gestoßen bin. Ah. Ist einer dieses... Oder... Ne, der ist schon tot. Ach, doch. Ne, der ist noch nicht tot gewesen. Der hatte wenig Leben. Ne, den wollte ich erwischen. Ähm... Da oben stand doch irgendwo einer. Wo steht denn da? Das finde ich ja auch irgendwie witzig. Ha. Das sieht so witzig aus, wie der da... Ja. Umlatscht. Ähm... Gollum! Oh, fuck it. Oh, da ist er. Nein! Oh! Wie hat er das denn geschafft? Das war doch nur ein Schlag, oder? Wow, wow, wow! Naja. Okay, das war jetzt ein bisschen eigenverschuldet. Also... Kann man nichts sagen. Hm. 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 Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht ganz genau, wann man wie viel Schaden zufügt. Ich hab das Gefühl, wenn man eben surft, also so springt, dann fügt man mehr Schaden zu. Und, äh... Ja, das hat eigentlich Stil. Und jetzt bin ich halt gerade richtig scheiße. 25 Tode, alter. Vorhin hatte ich 20, äh, Kills und 10 Tode oder so. Scheint jetzt proportional angewachsen zu sein. Ah! Der heißt Maika. Nice. Maika. Machen die nicht auch Würste? Ich nehme an, das ist der Witz daran. Maika Würstchen. Aber nicht der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst. Hab ich ja auch immer... Also darüber haben wir uns früher immer lustig gemacht. Äh... Dass man das beim... Nach dem Scheißen vielleicht auch manchmal denken könnte. Knackig. Braunrot. Gebräunt. Was jetzt irgendwie ein ziemlich komischer Satz war. Braunrot gebräunt. Egal. Ich bin auch nicht auf meiner... Höchsten geistigen Höhe. Das war mal wieder zum Beispiel auch so ein toller Satz. Ähm... Weil... Ich diese Physikarbeit geschrieben hab. Und ehrlich gesagt, die hat mich so fertig gemacht. Ich hatte quasi kein Wochenende. Ich hab... Ich hatte so Schiss vor der Physikarbeit. Ich hab mich die ganze Zeit darauf vorbereitet. Und dann... Bin ich jetzt so richtig am Arsch. Aber... Mathe entfällt. Das ist richtig nice. Und... Dann hatten wir heute so eine Stufenversammlung. Da haben wir halt auch keinen Unterricht gehabt. Das war auch so richtig unnötig eigentlich. Das hat... Ja, das war auch ziemlich nice eben. Und scheiße. Der hat mir den Kill gesteilt. Egal. Ich hab den getötet. Ähm... Boah. Das klingt immer so krass. Uah. Uah. Ähm. Kann ich sonst noch was erzählen? Ja. Ich glaube, das wär's eigentlich soweit. Das Problem ist, bei diesem Spiel gibt's jetzt kein krasses Ende. Und eigentlich muss man das auch eher mit anderen Leuten zusammenzocken. Ähm. Ich dachte mir nur, ich hau jetzt erstmal ein Video raus und sag kurz, dass das jetzt hier alles so ein bisschen... Ähm... Zeitlich eng ist. Weil ich schreibe auch am Donnerstag schreibe ich Deutsch. Und dann am Freitag muss ich... Für Freitag muss ich noch einen Kuchen backen, damit wir fürs Abi ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und ähm... So. Nein! Nein! Ich wollte doch an den Maika. Der hat doch gerade wenig Leben. Naja. Schlag ich den... Sina... Ne, warte mal. Wie hieß denn der jetzt? Wow. 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 Ah, scheiße. 29 Tode, 37 Kills. Ich würde sagen, mit diesem Negativ-Rekord... Naja, immerhin eine KD von besser als 1. Aber mit diesem... Relativ schlechten... Oh, von Minecraft-Sketty. Wusste ich gar nicht. Ja, stimmt eigentlich. Das wurde ja von dem programmiert. Ja, fällt mir jetzt wieder ein. Auf alle Fälle... Ähm... Wär's das jetzt erstmal. Und... Ähm... Ja, war jetzt nicht gerade die beste Runde. Aber ich würde sagen, es war okay. In Ordnung. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch mal beim Server vorbei. Hier gibt es alles Mögliche. Es gibt hier, ähm... Beast Mode, Paintball, Surf und einige andere Sachen. Ich muss gerade nochmal gucken. Ähm... Und noch Coming Soon. Coming Soon ist ein besonders tolles Spiel. Und ja... Ähm... Hier sind wir beim Event. Auch toll. Ja... Bringt es jetzt nicht wirklich. Und... Es gibt jetzt noch keinen... Ich glaube noch keinen direkten Lobby-Port. Da muss man einfach Slash-Leave machen. Auf alle Fälle, wenn ihr... Achso, ich bin schon in der Lobby. Ha. Ähm... Dann... Ach, da zurück zur Lobby. Ich bin zu blöd. Schilder zu lesen auf einem Server, auf dem ich Rechte hab. Naja, auf jeden Fall. Ähm... Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Und... Damit sag ich dann Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.